Darf ich? Es ist ja nur die Fuge, Maestro. Die Cavatina ist großartig und die übrigen Sätze auch. Nicht wahr, Herr Holz? Warum schreiben Sie nicht das Finale neu? Sie wollen, dass ich die Fuge wegschmeiße? Wer soll sich das anhören? Diese vielen Dissonanzen, diese vielen Stimmen, die nicht zueinander passen. Was? Kauft kein Mensch! Was sagt er? Sagen Sie es ihm, Herr Holz. Auf Sie hört er.